Und willkommen zu MoFan VR. Es ist kalter Winter, aber wir sind wieder da, der großen Hitze. Und nein, ich schwitze jetzt nicht. Das ist auch kein Gedicht, denn was ich eigentlich sagen will, Leute, ich habe schon wieder einen Key zu vermieten. Hä? Zu verlosen. Es gibt ihn zu verlosen, nicht zu vermieten. Das wären ja Nieten. Oh Gott, jetzt ist es aber gut. So, pass auf. Ich habe Superhot, Superhot VR. Einer tatsächlich der coolsten Titel, die es auch für die PlayStation VR gibt. Die gibt es übrigens für viele Geräte und vor allen Dingen auch für die kommende Oculus Quest. Da bin ich auch gespannt drauf. Superhot in Roomscale, nee, in Wordscale. Das wird auch nochmal interessant. Aber bis dahin beschäftigen wir uns noch mit der PlayStation VR und mit Superhot für die PlayStation VR, für den europäischen Store. Das habe ich zu vermieten. Ach Gott, was ist denn los mit mir? Zu verlosen. Ihr könnt es. Genau, ich kann es auch vermieten für zwei Tage. Gebt es wieder zurück. Zu verlosen. Losen, losen, losen. Und ihr kennt das ganze Spielchen. Am Wochenende ist News Show. So ab 18 Uhr, da werde ich das Teil dann auslosen. Ihr müsst allerdings, um teilzunehmen, unter dieses Video, dieses Video und unter diesem T-Shirt müsst ihr erstens liken, dann Sharon, Stone und dann, ich bin so witzig, ne? Und dann müsst ihr noch kommentieren. Kommentieren ist das Wichtigste, ja? Unter den Kommentaren wird dann per Algorithmus ausgelost, wer von euch superhot für die PlayStation VR, europäische Store bekommt und dann richtig abgeht. Aber was ist die Frage? Was ist die Frage, die ihr diesmal beantworten müsst? Das stellen wir uns jetzt alle. Von wem war der Song? Von wem war der Song? Ach, das ist doch einfach rauszukriegen, oder? Okay, von wem war der Song, den ihr gerade gehört habt? Und wie heißt sein aktuelles Album? Hätte ich gesagt, habe ich von dem Typen nichts mehr gehört. Der Song ist exakt zehn Jahre alt. Ist das abgefahren? So fresh. Ne, das ist eine doofe Frage, Lisa. Doofe? Ja, na gut, ja, ist die Frage. Von wem war der Song? Easy peasy, ihr könnt das, ihr könnt das. Aber ich möchte außerdem, dass ihr mir schreibt, warum ihr superhot seid. Ja, schreibt mir das. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Fisch gar ist. Ciao! Ich drücke euch die Däumchen. Denn wir sehen uns am Sonntag dann zur Verlosung. Liken, sharen, commentaren. Neues Wort davon, ne? Merkt es schon, ihr habt ihr schon zweimal benutzt jetzt. Bye!